Hallo YouTube, da sind wir wieder. Ende der letzten Folge hatte ich gesagt, dass ich überlege, die Schwierigkeit hochzustellen. Ich habe gerade zwischengespeichert, falls es doch schief geht. Und wir stellen mal auf RAU. Kämpfe um einer rauen und gefährlichen Umwelt zu überleben. Empfohlen für Spieler mit Erfahrungen, die eine rauhe Geschichte erspielen wollen, in der ein wenig Geschick notwendig ist, um zu überleben. Es wird gut, aber auch schlechte Zeiten geben. Triumph und Tragödie. Es geschieht alles für das Drama. Mal schauen, was passiert. Ein bisschen mehr Action. Und wir bekommen direkt eine psychische Beruhigung. Ist auf jeden Fall viel, viel schwieriger, sofort wie man sieht. Aber dann schauen wir mal. Wohin es führt. Zack. Trageln wir bitte alle weg. Und dann schauen wir mal. Den Platz brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall Holz. Aber ich sehe noch kein Holz, das in der Nähe draußen gewachsen ist. Wir können mal kurz drüber schauen. Hier ist ein bisschen Holz. Hier kommt ein Gewitter. Gewitter? Wo? Ach. Toll, damals in der Jugend. Diese, was war das? Oma, die das gemacht hat. Nee, Dattel nehmen wir nicht mit. Kriegen wir mal Holz. Perfekt. Gattungskapsel. Das schauen wir uns mal an. Oh, ist wieder ein Feind. Bio. Was kann der? Nichtsgeistige Arbeit. Dafür könnte man gebrauchen. Aber Elita ist mittlerweile gar nicht so schlecht. Bei sechs. Medizin. Ne. Brauchen wir nicht. So, jetzt kriegen wir ein bisschen Holz. Jetzt können wir Türen bauen. Und zwar hier. Und da brauchen wir eine Tür. Und wir haben die Geothermalenergie abgeschlossen. Perfekt. Jetzt ist die Frage, was forschen wir als nächstes? Irgendwas zur Verteidigung. Oder doch die Basic Fuses. Wir hatten aber erst einen Stromschlag. Von daher ist es vielleicht nicht so notwendig. Gasdrucklader. Windkraft brauchen wir auch. Wasserkraft. Solarzellen. Brauchen wir beides nicht. Sprengfallen. Beton herstellen. Ich glaube, wir machen sterile Materialien. Ich weiß gar nicht, wie man hier zwei auswählt. Wir machen sterile Materialien. Damit wir hier den Boden machen können. Für das Krankenzimmer. Und danach machen wir Krankenbetten. Da es doch relativ sinnvoll ist, wenn wir eine gewisse sterile Umgebung haben und Krankenbetten haben. Für unsere Kranken. Und zu überlegen, weil vor allem wenn wir jetzt eine Frau haben. Also aus der Frau läuft das Spiel. Was dann passiert. Ich habe noch nie eine Frau gespielt. Auf dem Schwierigkeitsgrad, weil ich immer so ein bisschen gelassen gespielt habe. Aber jetzt wird es gerne mal ausprobieren. Mehr als schief gehen kann es nicht. So, hier die ganzen Steine. Achso, das Lager ist voll, ne? Können wir das halt erweitern? Zone erweitern. Ne, ich will es nicht erweitern. Wir müssen die Steine halt verarbeiten. Wenn es leer ist. Äh, wenn es voll ist. Und Gewitter ist vorbei. Da fehlt noch eine Tür. Kopie. Und hier auch. Und hier auch. 79, 75 brauchen wir. Passt doch perfekt. Wenn dann wirklich hoffentlich irgendwo mal der Bambus wächst und nicht wieder irgendwelche Tiere kommen und das wegschnappulieren. So, wir brauchen auf jeden Fall noch Stehlampen. Zack, zack. Hier unten können wir auch schon eine hinmachen. Die kommt hier hin. Ja, da reicht das Stromkabel aber noch nicht. Zack. Oh, ein Tromeda. Das könnten wir züchten. Dann kriegen wir Milch. Trainierbarkeit einfach. Bringt uns also. Trainieren könnten wir es nicht so gut. Weil wir könnten es halt wirklich Als Wo steht das denn? Ne, Wolle geben die, oder? Ne, was geben die? Körper? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Ich finde es nicht. Machen die gar nichts? Dann lassen wir es laufen. Tschüss. Haut eh ab, oder? Ja. Hätten wir eh nicht aufhalten können. Eine Besuchergruppe. Speichern. Wo sind sie? Da. Aber die haben auch nichts. Oder die haben eine Pistole. Oh, die haben ein schönes Gewehr. Aber das brauchen... Aber das brauchen... Brauchen wir das? Mh... Ne, ich glaube noch nicht. Ah, genau. Wir wollten bei Sharon wieder Jagen einstellen. Das macht die auch auf 3. Ja. Das kostet immer viel Zeit im... Äh, nimmt immer viel Zeit im Anspruch, wenn man nur hier den ganzen Berg aushöhlen muss, damit die überhaupt die ganzen Gebiete sind. Aber die sind ja wirklich am sichersten innen drin. Weil die bis hier in der Reihen kommt. Ich meine, ich wurde hier schon eingeschlossen und auch komplett überrannt. Also so ist nicht. Aber es ist doch wahrscheinlicher, dass man hier drinnen überlebt, als wenn man nur sich eine einfache Holzbarrikade außenrum baut. Teiltes Raumsch... Oh, ja. Auf jeden Fall. Raumschiffe abgestürzt. Da sind nochmal Bauteile und Stahl drin. Drinne. Manche nütze ich echt komische Wörter. Gefällt mir selbst nicht so gut. So, wir gucken mal, was rauskommt. Wenn er es jetzt abbaut hier. Oh, Hasen, Strauß, Leguan. Auswärts lag ich wieder ab. Ne, gut. Acht Bauteile. Angefagte Karawane. Nehmen wir auch nicht mit. Nein. Zack. Das war super. Vier Bauteile. Das kann ich mal schnell holen. Okay, so, dann können wir jetzt nämlich auch den Strom absichern, wenn wir die Geothermalenergie bauen. Zack. Ist der Strom direkt daneben. Da brauchen wir noch... Ja, wir brauchen noch eins. Dann sind wir auf den Windkraften, auf die Batterien nicht mehr angewiesen. Dann können wir auch generell mehr Strom verbrauchen. Dann können wir noch eine Schmiede bauen. Wofür wir auch mehr Strom brauchen. Bissere Stromkabel brauchen. Verrücktes Tier. Eine Gazelle. Hoch. Weggeleckt. Wo kommt sie? Da. Aber die Gazelle wird jetzt nicht viel. Oh oh. Wer gewinnt den Kampf? Äh. Ah, ist zu nah. Okay, krass. Ich will mal Kampf an. Lass Tiere frei. Wenn wir Tiere hätten. Ja, die stirbt jetzt wieder fast. Alles gebrochen. Geprellt. Bissnarbe. Puma-Zähne. Rechtes Bein. Ist mir ein Dreifekt da durch. Durch die Bissnarbe. 4% Schmerz. Hm. Besser als abgebissen. Düdü. Wo ist der Rest? Was macht Riesling? Ah, der hat Stahl geholt. Hier unten. Dann hatten wir jetzt. Ja gut, dann haben wir jetzt auch hier oben alles. Wir haben 33 Bauteile. Ja, jetzt momentan gibt es hier so Momente, wo ich etwas leiser bin, weil ich nachdenke. Wie man im Glück sein als nächstes vorgeht. Das war jetzt gar nicht so schlecht, dass wir das haben. Oh, ein Faultier. Ein riesen Faultier. Was geben die denn? Trainierbarkeit gut. Transport Kapazität 300. Essen Trockenfutter. Müsste man aber erst herstellen. Hm. Wildteil 97. Das ist zu viel. Beschnüffelintervall. Hm. Aber ich kann mir nichts finden, ob die irgendwas geben. Ledermenge, Lederart. Gleichmenge, so viel wie Elefanten. Aber ich glaube, wir brauchen kein riesen Faultier. Oh, der Reis ist fast fertig. Oder ist der Reis schon fertig? Ne, 97. Wenn wir den jetzt gleich ernten, dann haben wir... Hm. Genau sowas. Der frisst alles weg und der hat dauerhaft Hunger. Deswegen brauchen wir hier auf jeden Fall so ein Ding drum. So. Die Nahrung ist jetzt uns. Ich meine, der hat jetzt nicht viel gefressen. Zwei Dinge oder so, aber... Ist trotzdem ordentlich. Was der uns... Also wenn man das mal so hochrechnet. Überfallen. Greifen sofort an. Zum Ortspringen. Ähm. Gut, alles Nahkampf. Ich brauch dich leider nochmal. Charon. So. Nee, du kommst da hin. Du gehst da hin. Du gehst da hin. Toll, dann schauen wir mal. Das ging schnell. Der erste ist tot. Tötet sie alle. Klar, weg damit. Ja. Verdient. Was kannst du... Konstruktion 5. Stubenhocker. Der will nicht nach draußen. Na, ist Abstinenzler. Aber er ist 17. Konstruktion. Bergbau. Oh, noch ein Bergbau. Fuzzi. Wir haben ihn gefangen. Wir haben kein Gefangenebett. Das wird unser Gefangenebett. So, so, so. So. Zack, da hast du ihn. Die anderen beiden werden vergraben. Da bin ich froh, dass ich nur die Medizin nehmen, nicht die teure Medizin. Zack. Ambrosia-Haien. Die habe ich schon. Die pflanze ich auch nie. Die machen auch nur abhängig. So, jetzt hier jetzt... Okay, das ist ein bisschen Reis. 343. So. Sollte reichen für den Anfang. Für die erste Ernte. Das sind trotzdem nur neun Tage momentan. Aber da zählen die ja noch nicht dazu. Wir könnten schon... Stinktier heißt der. Allein deswegen müssen wir ihn eigentlich nehmen. Und er verweigert nichts. Den könnten wir einfach nur als Träger nehmen. Ich bräuchte nämlich noch einen Träger. Da sowas hier nicht passiert. Ich glaube, wir versuchen ihn anzuwerben. Schwierigkeit der Anwerbung 91. Verbrennenwiderstand 26. Na gut. Das dauert. Stinktier-Höhlenkind kann wieder laufen. Das hätte so ein guter Name für mich. Stinktier-Höhlenkind. So, hier ist die Schmiede. Aufgabe. Da können wir nichts herstellen. Nichts, was uns das bringt. Wir können einen Helm herstellen für jeden. Was kostet einen Helm? Ähm, 40 Materialien. Stahl, Silber. Was? Nicht so viel. Den machen wir später auf jeden Fall. Den Stahlhelm. Für jeden. Und dann kriegen die auch Rüstungen. Bessere, also sogar Energierüstungen. Alles mögliche. Aber das kann man sich am Anfang ja auch nicht leisten. Wir könnten so ein Erdloch bauen. Wir könnten Kunst herstellen und die Kunstsachen verkaufen. Aber es kommt ja einfach kein Händler. Möbel plus. Wir könnten nicht. Ja, wir haben alle. Wir haben kein Holz. Wir brauchen mehr Bambus. Das ganze Bambuszeug muss mal wachsen. Wir brauchen jetzt hier ein bisschen schneller. So, hier die macht ein bisschen mehr Steine. Und kaum ist der eine Steine weg, kommt der neue Stein. Ja, es kommt ein Sklavenhändler. Jetzt könnten wir ihn verkaufen. Stinktier. Vielleicht verkaufen wir Stinktier auch. So, wer ist sozial? Sozial 1,8. Elida 12. Gibt die besten Preise. Ja, die wecken wir jetzt gleich auf. Wenn die da nicht vorne gedackelt sind, dann darf Elida mit den... Ah, die ist jetzt eh ausgeschlafen. Die Höhe sozial ist es so besser als die Preise. Stinktier. 170 nur. Kelly Beraterin. Oh, ist schon wieder 1000 dafür. So, der Unterschied. So, ich kann meinen für 170 verkaufen. Und der so, ich bin 1000 wert. Weltsittich. Heiler. Dio. Hier. Paul freundlich. Psychisch hochsensibel. Was halt die Frage, verkaufen wir den oder nicht? Den Tier. Eigentlich mag ich den. Aber der kann halt nicht wirklich irgendwas, ne? Wer für 170? Verkauft. So viel ist mir dann doch ein Menschenleben wert. 170. Vielleicht stirbt er vorher. Hm. Blutverlust versteckt. Ne, er wird nicht sterben. Was fehlt denn hier? Warum baut das keiner? Bauteile 8. Stahl. Ach, weil wir keinen Stahl mehr haben. Zack, zack. Warum holen wir jetzt den Stahl raus? Hier ist fertig. Dann können wir hier die Kühlung reinbauen. Kühlung, Temperatur. Kühlung. Hinweis, setzt man ein Gebäude über ein wertvolles Mineral, werden Bauarbeiter es abbauen. Wenn die Bauarbeiter keine Bergbau-Experten sind, wird allerdings eine große Menge Erz verloren gehen. Ja. Also ich meine, Bauteile werden hoffentlich nicht jetzt verloren gehen. Aber das testen wir jetzt einfach. Baut ja eh niemand ab, außer Kädis wahrscheinlich. Oh, wahrscheinlich doch sie. Naja gut. Sharon macht es jetzt. Wie schlecht ist, dass sie das machen können. Jetzt am Wochenende lief die E3. In Las Vegas. Und zwar schon gar nicht so unspannend. Ich meine, es wurden zwar nicht so viele Sachen vorgestellt, die mir jetzt gefallen haben. Vieles war Zukunftssachen oder andere. Also Science Fiction oder Alien etc. Was nicht so meins ist. Moment, wir schauen kurz. Wo haben wir denn die Krankenbetten. Vital Monitor. Hier Krankenbetten. Was brauchen wir dafür? Ah, der Labor-Tisch. Da brauchen wir ihn sowieso. Okay. Vorgestellt, aber manches ist da schon ganz geil. Das ist zum Beispiel neu. Also ist jetzt kein spannendes Spiel oder sowas. Aber allein der Trailerform nur ein Flugsimulator bei Microsoft und es waren auch generell richtig viele Sachen, die einfach mit dem Game Pass verfügbar sind. Ich glaube meinerseits als Werbung, weil dieser Ultimate Game Pass angekündigt wurde und für PC auch. Was 4 Euro kosten wird, was eigentlich ein Schnäppchen ist. Von daher wird der ab August, glaube ich, auf jeden Fall in meinem Konto landen. Und dann bin ich mal gespannt, was da so kommt. Da wird jetzt zum Beispiel ein neues Geschenk von Zippe. Kein Wurfsperr. Ein Wurfsperr hat. Angriff 25. Ja, brauchen wir auch nicht. Können wir auch verkaufen, wenn später ein Großtentler kommt. Also die Spiele sind jetzt nicht so, dass ich sagen würde, darauf habe ich gewartet, weil zum Beispiel Flugsimulator kommt 2020, glaube ich. Flugsimulator 2020, den will ich auf jeden Fall holen, die alten Spiele. Wie habe ich die gefeiert? Der Flugsimulator 2000, glaube ich. Kam irgendwann einer raus. Das war schon Weltklasse, also. Weiß nicht, wie viele Stunden ich da mit Tastatur damals noch und Maus, Steuerung, welche Gegend geflogen bin. Überragend. Aber es hat super viel Spaß gemacht. So, ist die angeschlossen? Ja, die ist angeschlossen. Minus 9. Und jetzt bauen wir da eine neue Lagerzone. Und in die Lagerzone kommt nichts rein. Außer Medizin. Und. Rohstoffe, nee, Gegenstände. Prothesen. Körperteile. Und Körperteile. Und dafür kommen hier die Körperteile raus. Und die Medizin sowieso. Zack. Dann können wir das mal kurz umlagern. Und hier müssen auch nicht so viele rein. Deswegen habe ich hier jetzt mir die Schleuse gespart. Die wäre unnötig an der Position. So, dann brauchen wir noch Böden. Sterile Blatt, sterile Fliesen hier. Drei Stahlsfels, Silber. Aber dafür haben wir nicht genug Stahl. Wir haben hierfür noch nicht mehr genug Stahl. Was ich zuerst gerne fertig machen würde. Hier oben der Stahl ist ausgebeutet. Wir werden angegriffen. Von Messer. Knüppel, Knüppel. So, wer ist in der ersten Reihe? Du kannst nach hinten. Du kannst da hin. Du kannst da hin. Du kannst da hin. Huch, nein, nein. Stopp, 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 stopp. So. Ich meine, die können sich noch nicht verstecken zum Glück. Also, die müssen uns jetzt angreifen. Und das war es schon. Und den Biber töten wir auch. Das ging wieder flott. Aber jetzt kommen immer ein paar Angriffe. Ein bisschen mehr. Feuer. Wo? Das war es schon. Okay. So. Auf jeden Fall ist schon ein bisschen mehr passiert. Jetzt sind wir in der Mittagspielgangsstufe. Und ich hoffe, das klappt jetzt so. Es ist dann doch ein bisschen mehr los. Und ich hoffe, es wird noch ein bisschen aufregend in der nächsten Folge. Das kann sich ruhig noch ein bisschen steigern. Von daher vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Ja, ich glaube.